Dann würde ich sagen, schauen wir uns diese Aufgabe an. Hier neun zum Thema feldgebundene Kopplung. Also wir haben klassisches EMV-Störproblem. Wir haben irgendwo eine Störquelle. Wir haben Koppelfahrt. Das ist jetzt ein elektromagnetisches Feld und wir haben eine Störsenke. So und jetzt müssen wir gucken. Also die Störquelle, die hat eine Störleistung von 100 Mikrowatt. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ist auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wir sind da ja potenziell relativ dran. Oder diese Störquelle ist relativ dran an uns. Und die hat eine Frequenz von 100 Megahertz. Woher kennt man ungefähr eine Frequenz von 100 Megahertz? Radio. Radio SAW in Magdeburg. 101,4 Megahertz. Also das ist so mitten im UKW-Band. Und diese Störquelle ist jetzt nur 5 Meter von unserer Störsenke entfernt. Und die Störsenke ist eben eine Rundfunkantenne. Also das ist ein Radioempfänger. Und den können wir jetzt potenziell irgendwie damit stören. Und den wiederum kann man als so ein Lambda-Halbe-Dipol beschreiben. Und da können wir jetzt ja gleich in die Tabelle reinschauen. Zu dem finden wir auf jeden Fall schon mal was. Kann man sich jetzt überlegen, ob das sinnvoll ist. Also bei 100 Megahertz, was hat man da für eine Wellenlänge? Wo man das so rechnet? 3 Meter. Ja, genau. Weil C ist ja Lambda mal F. Und C sind ebenso roundabout. Diese 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde als Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und wenn man, naja, hier für die Frequenz, das sind ja genau 10 hoch 8 und Herz sind 1 durch Sekunde. Also das ist genau F. Mit 1 durch Sekunde muss die Wellenlänge genau 3 Meter sein. Also, naja, und dann kann man sich so überlegen, okay, Lambda-Halbe wären ja dann 1,5 Meter. Und, naja, das ist auch ungefähr so, wie so eine Antenne an einem Radio lang ist. Also das passt schon ungefähr. So, und jetzt ist die Frage, wie groß ist die maximale Lernausspannung, die in diese Rundfunkantenne eingekoppelt wird? Wenn der störende Stromkreis einen Antennen gewinnt oder sozusagen eine Direktivität von 1,5 aufweist. Also, wenn der 1,5 mal mehr in Hauptstrahlrichtung abstrahlt als so allgemein ringsherum. Und, naja, das wird der machen, weil so einen Isotropstrahler gibt es ja nicht. Ähm, und wenn diese Schaltung meistens, ne, das wird ja jetzt irgendwas Leistungselektronisches sein, irgendwo was schnell drin taktet oder Mikrocontroller oder sowas. Ähm, und dann wird der ja relativ klein sein gegenüber der Wellenlänge. Und dann könnte man hier eben schauen, ähm, in unserer berühmten Tabelle hier. Naja, das wird irgendwas sein, was viel kleiner ist als die Wellenlänge, was wie so ein Herzscher Dipol strahlt. Und da kommt diese Direktivität von 1,5 dann her. So, naja, gut. Ähm, das ist so ungefähr das, was in der Aufgabe hier passiert und gefragt ist. Jetzt ist die große Frage, na, wie rechnen wir das jetzt? Wir könnten versuchen, irgendwie hier raus die Feldstärke auszurechnen. Und ich meine, wenn wir mal die Feldstärke hätten, dann können wir zurückgehen in unser Ding hier. Ja, ja, dann gibt es ja diesen Parameter effektive Antennenlänge. Also den brauchen wir jetzt nicht von der, nicht von dem Sendeteil, sondern von unserer Empfangsantenne. Die ist hier, der Lambda halbe Dipol. Sollte das ein Dipol sein? Äh, genau, ein Lambda halbe Dipol. Ja, ja, und da können wir gucken, da gibt es auf jeden Fall diesen Parameter effektive Antennenlänge. Und der, ähm, mit dem können wir umrechnen von Feldstärke in eingekoppelte Spannung. Dann haben wir direkt diese eingekoppelte Spannung. Weil, weil genau so ist diese effektive Antennenlänge definiert. Also könnte man hier so ein bisschen hochscrollern. Ähm, da steht das genauso drin, ne? Hier effektive Antennenlänge ergibt sich aus einfallende Feldstärke, ähm, mal diese effektive Antennenlänge ergibt eine Leerlaufspannung. Hier, hier oben ist das auch nochmal als Formel drin und da kommt die eben her. So, und, tja, also könnten wir mal aufschreiben, unsere Leerlaufspannung, die wir suchen, U-Open-Circuit nenne ich die jetzt auch mal. Die ergibt sich eben aus der effektiven Antennenlänge mal der einfallenden Feldstärke. Und die effektive Antennenlänge können wir aus der, ähm, Tabelle ablesen. Lass ich mal ein bisschen runterscrollen. Für die Lambda halbe Dipol ist das Lambda durch Pi. Ähm, schreibe ich mal hin, siehe Tabelle. Und aus der Tabelle steht, diese effektive Antennenlänge ist Lambda durch Pi. Und dann hatten wir schon, dass sich hier oben ja daraus ergibt, dass das Lambda so roundabout drei Meter ist. Und, äh, naja, Pi ist auch genau drei. Naja, nee, Pi ist nicht genau drei, aber fast. Und dann kommt da eben was raus, was noch ein ganz bisschen kleiner ist als ein Meter. Ähm, also auf jeden Fall bleibt, bleibt diese Einheit Meter uns erhalten, aber da steht sowas wie drei durch drei. Ähm, wenn man das jetzt mal ausrechnet, zum Beispiel mit Octave, habe ich ja schon mal vorbereitet. Ja, und dann können wir ja, ähm, irgendwie sagen, C ist drei E acht. Unser F ist 100 E sechs, Lambda ist C durch F und L effektiv ist Lambda durch Pi. Und dann kommen da 0,95 raus. Wie gesagt, irgendwas, was so ein ganz bisschen kleiner als 1 ist. Ich schreibe mal hin, 0,95 Meter. So, okay, jetzt haben wir eine effektive Antennenlänge schon mal ausgerechnet. Mit der Kommafeldstärke umrechnen in Leerlaufspannung sind wir eigentlich im Prinzip schon so fast fertig. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie rechnen wir diese Feldstärke aus? Die Wurzel aus 0 mal D, äh, durch diese Freiraumdümpfung? Genau, also wir können, wir können jetzt sagen, das strahlt ja hier eine Leistung ab. Und zwar im Prinzip in erster Näherung erstmal auf eine Kugeloberfläche. Ja, und also nicht gleichmäßig, an der stärksten Stelle ist das dann 1,5 Mal größer als im Mittel. Aber wir können, wir können aus dem P, können wir ein S ausrechnen, eine Leistungsflussdichte, indem wir eben rechnen P durch die Oberfläche von der Kugel. So, und Oberfläche von einer Kugel kann man wie ausrechnen? Genau, das ist 4 Pi R Quadrat. Und im Prinzip ist das dann auch am Ende so ein bisschen sowas wie diese Freiraumdämpfung. Ja, und das R sind einfach unsere 5 Meter. So, und das wäre das Isotrope. Das wäre das, wo es in alle Richtungen gleich ist. Und das multiplizieren wir jetzt einfach noch mit dem, mit unserem Gewinn. So, und dann kann man sich schon überlegen, einheitmäßig, hier oben setzen wir eine Leistung ein in Watt. Hier setzen wir einen Abstand ein in Meter zum Quadrat, macht das Quadratmeter, macht eine Fläche. Sollte ja auch der Oberflächeninhalt dieser Kugel sein, sodass hier für diese Leistungsflussdichte dann was rauskommt in Watt pro Quadratmeter. So, und wie kriegen wir aus dem jetzt, oder wie hängt das wiederum irgendwie mit Feldstärke zusammen? Kann ich im Prinzip gleich so ein Ist gleich dahinter schreiben? Also, weil, wenn man, ich nehme an, auf Farbe, so eine super Analogie, mit der ich mir das gut merken kann, ist, also, wenn man jetzt auf das S hier schaut, dann hat das S, ja, wie gesagt, die Einheit, vielleicht sollte ich das noch in blau auch hinschreiben, weil das jetzt besser noch passt, also das S hat die Einheit Watt pro Quadratmeter. So, und wenn man jetzt mal, es ist immer gut, über Grundlagenelektrotechnik nachzudenken, also zumindest, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen firmer fühlt, ja, in Grundlagenelektrotechnik haben wir jetzt ja selten was mit pro Meter und pro Quadratmeter zu tun, aber mit Watt. So, und ich meine, genauso könnte man jetzt, bevor ich jetzt meine Farbe wechsle, welche Einheit hat denn diese elektrische Feldstärke hier? Naja, Volt pro Meter. So, und genauso, ähm, gelbe ist ja noch eine magnetische Feldstärke, das nenne ich jetzt mal auch H-Incident, wie einfallendes H-Feld, das hätte was für eine Einheit? Kann man so ein bisschen Dualitätsprinzip sich überlegen, ähm, ist heute Thema in der Grundlagenelektrotechnik vorliegen, aber nochmal, Spannung war dual zum Strom, und so ist auch elektrische Feldstärke, ist dual zur magnetischen Feldstärke, genau, lucky guess, Ampere pro Meter ist auch richtig, ja, so, okay, also hier haben wir jetzt irgendwie Watt, Volt, Ampere, pro Meter, Quadrat pro Meter, pro Meter, und jetzt könnte man eben auch sagen, naja, das ist ja irgendwie so ähnlich, wie wenn ich sage, also ich habe eine Leistung, die hat als Einheit Watt, ich habe eine Spannung, die hat als Einheit Volt, und ich habe einen Strom, der hat als Einheit Ampere, so, und dann gibt es ja diese, äh, Gleichung, die wir alle kennen, irgendwie P ist U mal I, Leistung ergibt sich aus Spannung mal Strom, so, und genau so, wenn wir jetzt mal diese wunderbare Analogie wieder auf das, auf diese, auf diese blaue Gleichung da oben anwenden, dann sollte sich Leistungsflussdichte auch ergeben aus, genau, E mal H, und eigentlich ist ja dann, äh, genau, also eigentlich sind das natürlich Vektoren, also ich schreibe jetzt mal hin, na, eigentlich ist das ja auch ein Vektor, aber wir gucken uns jetzt nur den Betrag dieses Vektors an, naja, und jetzt müsste ich, also eigentlich nehme ich E kreuz H mit Vektoren, und wenn man die komplex schreibt, dann steht da noch ein Konjunkturkomplex an der Stelle drin, ähm, aber dadurch, dass unsere Leistung jetzt hier, ähm, eine Skalaregröße ist, und diese Direktivität erstmal auch irgendwie eine Skalaregröße ist, schreibe ich jetzt einfach so Betrag hin, und wenn man das so mit dem Betrag macht, dann kann man natürlich auch einfach sagen, ähm, der Betrag von dem Vektor, mal der Betrag von dem anderen Vektor, so, und das ist jetzt eigentlich auch schon mal eine ganz nette Gleichung, weil, ähm, naja, also die Leistung können wir, diese, ähm, Direktivität kennen wir auch, können wir Leistungsklussdichte, ähm, könnte man rein prinzipiell auch diese Feldstärke ausrechnen, aber dafür, also die elektrische, aber dafür bräuchte man auch die magnetische, und umgekehrt. So, also irgendwie noch eine Gleichung bräuchten wir, um dieses Dilemma hinten aufzulösen. Genau, über die Feldwellenimpedanz, also das ist so ähnlich, wie wenn wir hier unten wieder schreiben, ähm, zwischen Strom und Spannung gibt es ja noch, U ist R mal I, schreibe ich jetzt mal hier hinter, ähm, U ist R mal I, und, oder, ähm, ähm, R ist U durch I, oder I ist U durch R, ja, so wie man das so alles aus Grundlagen-Elektrotechnik kennt, und das kann ich natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt das U für das U hier einsetze, dann kommt hier raus, P ist I Quadrat mal R, und wenn ich, ähm, das I einsetze, dann kommt da raus, P ist U Quadrat durch R, ja, und das R, hat eben die Einheit, ähm, Volt pro Ampere, und das ist das Gleiche wie Ohm. So, und, tja, ähm, was, was ist jetzt sozusagen das Äquivalente zu dem R hier oben bei unseren Feldgleichungen, du hast ja schon gesagt, dass diese Feldwellenimpedanz, die nenne ich jetzt mal Eta, und die hat eben auch die Einheit oben, ja, weil, wenn ich wieder elektrische Feldstärke durch magnetische Feldstärke teile, also das Eta, ist jetzt genau wie hier unten, R ist U durch I, ist das Eta sozusagen elektrische Feldstärke durch magnetische Feldstärke, und dabei kürzen sich die pro Meter weg, und dann bleibt auch einfach nur wieder Volt pro Ampere über oder Ohm über, und das ist ja nicht wirklich ein Widerstand, das ist ja nicht irgendwie so ein Widerstand von dem Feld, sondern, ähm, naja, wenn ich die elektrische Feldstärke auf die magnetische Feldstärke beziehe, oder durcheinander teile, oder mir das Verhältnis von den beiden angucke, dann kommt da als Einheit eben oben raus, und deswegen nimmt man das Ganze einen Widerstand, auch wenn es nicht wirklich ein Widerstand ist. So, und auf jeden Fall können wir jetzt damit eben schreiben, ähm, ja, wenn ich jetzt dann, das, das H will ich ja nicht haben, also stelle ich die Gleichung nach H um, genau wie wenn ich das hier unten nach I umstelle, dann steht da H, incident ist E, incident durch dieses Eta, und jetzt setze ich das H da ein, und dann kommt da eben raus, E, incident Quadrat, durch das Eta, und jetzt ist ja noch die große Frage, wie groß ist nun dieses Eta hier? 120 Pi Ohm ungefähr, äh, 377 Ohm ungefähr, irgendwie sowas in dem Dreh, so, und wie kann man das ausrechnen? Äh, das kann ich nochmal vielleicht hier oben irgendwo hinschreiben, also das Eta ergibt sich natürlich irgendwo aus der Lösung der, ähm, der Maxwell'schen Gleichung, und, ähm, hängt mit den, mit den Parametern des Feldes zusammen, also da ist, das ist das µ Null durch das Epsilon Null, ja, und µ Null, ähm, hatten wir letztes Mal schon mal, µ Null waren diese vier, mal Pi mal, also auch nicht exakt, sondern ungefähr, roundabout, vier mal Pi mal, 10 hoch minus 7, ähm, Volt Sekunden pro Ampermeter, so, und dann brauchen wir noch Epsilon Null, und Epsilon Null sind, so, und wenn man das nicht weiß, also ich hab das natürlich im Kopf, ja, aber wenn, wenn einem das nicht einfällt, ja, dann kann man natürlich auch Google und Wikipedia fragen, JTGPT, wie noch immer, ähm, letztendlich hängen natürlich µ und Epsilon auch mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit zusammen, also, weil die ergibt sich ja auch aus den Lösungen der Maxwell'schen Gleichung, so, und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie hängen die mit diesem C zusammen? Wurzel aus, Wurzel aus µ mal Epsilon. Genau, also, und, und zwar 1 durch Wurzel von µ Epsilon, kann man sich so ein bisschen überlegen, wenn man auf jeden Fall schon mal weiß, was, was hat das Epsilon hier hinten für eine Einheit? Na ja, also, das ist auch wieder genauso dual, ja, also, so wie hier, ähm, das Epsilon ist ja für das elektrische Feld, das µ ist irgendwie für das magnetische Feld, weil das ja jeweils aus einer magnetischen Feldstärke eine magnetische Flussdichte macht, aus der elektrischen Feldstärke eine elektrische Flussdichte, und bei diesen dualen Sachen ist ja immer, wir machen aus Volt Ampere und aus Ampere Volt, und der Rest bleibt eben gleich, also Epsilon hat Ampere Sekunde pro Voltmeter, ja, und dann kann man sich eben überlegen, wenn ich die jetzt genau hier so einsetze in die Gleichung, dann kürzen sich genau, ich nehme mal eine andere Farbe kurz zum Demonstrieren, also wenn ich, wenn ich die beiden Größen durcheinander teile, ja, dann kürzen sich genau Sekunde gegen Sekunde, Meter gegen Meter, und dann bleibt Volt Quadrat durch Ampere Quadrat über, wenn ich die wieder genau durcheinander teile, und die Wurzel davon macht eben Volt pro Ampere macht Ohm an der Stelle, passt, ja, so, und wenn ich die jetzt hier wie hier oben in der Gleichung miteinander multipliziere, dann kürze ich natürlich Volt gegen Volt und Ampere gegen Ampere, und dann bleibt bei direkter Multiplikation Sekunde Quadrat durch Meter Quadrat über, und wenn ich dann die Wurzel davon nehme, habe ich Sekunde durch Meter, wenn ich das Reziproke nehme, kriege ich einen Meter pro Sekunde, wie man das eben so haben wollen würde, für die Ausbreitungsgeschwindigkeit, so, das heißt, das funktioniert ganz fantastisch, und jetzt können wir das natürlich mal da oben einsetzen, und können das ausrechnen, und dann sollten dafür eben 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampere Sekunden pro Voltmeter rauskommen, ja, also können wir ja mal ganz kurz hier in Octave machen, okay, also probieren wir das Ganze mal in Octave mal einmal ausrechnen, C haben wir ja schon, jetzt brauchen wir noch µ, jetzt sehe ich mal wirklich µ0, das sind diese, ja, also das kann man da in ziemlich guter Näherung hinschreiben, 4 mal P mal 10 hoch minus 7, und dann eben Volt Sekunden pro Ampere Meter, früher war das mal genau auf diese Größe festgelegt, seit Neudefinitionen der Essinger hätten, ist das sozusagen wieder eine Messgröße mit einer gewissen Unsicherheit, aber ich sage mal, für das, was wir hier so in EMV machen, ist das als Näherung auf jeden Fall gut genug, genauso wie diese 3 mal 10 hoch 8, ja, also natürlich sind das nicht 3 mal 10 hoch 8, sondern 299 und so weiter irgendwie, aber, okay, so, jetzt können wir auf jeden Fall diese Gleichung hier oben nehmen, und nach dem y0 umstellen, dafür müsste ich die erstmal quadrieren, müsste das y0 hochnehmen, müsste durch c² teilen, also y0 müsste rauskommen aus 1 durch µ0 durch c², und weil da das c² drin steht, wird das natürlich auch so klein am Ende, also µ0 ist ja klein, 1 durch das Kleines wird groß, aber c ist auch groß, und das Quadrat gewinnt, und dann kommen wir auf 8,84, naja, und das sind jetzt nicht genau 8,854, die ich hier mal aufgeschrieben habe, weil unser c eben einfach jetzt nicht stimmt in dem Fall, also das c ist ja zu groß, und deswegen wird das zu klein, aber größenordnungsmäßig passt das auf jeden Fall. So, und jetzt kann man eben aus dem µ0 und dem y0 und der Wurzel kann man das Eta ausrechnen, und das sollten jetzt 377 sein, und das kommt auch ziemlich genau so raus, ja, und das sind, wenn man jetzt, also wenn man das µ0 genau auf diese 4π setzt, und wenn man das c genau auf 3 setzt, 3 mal 10 hoch 8, dann sollten das auch genau 120 mal π ohm sein, ja, die das eben auch nicht exakt sind, also die, also da ist ja, also, ne, hier der Fehler, den man hier macht mit dem 4 mal π, der ist relativ klein, weil das ist ziemlich genau so, aber der Fehler hier mit den 120π ohm, der ist größer, weil das eben nicht exakt stimmt, also wenn man das genauer rechnet, sollte man hier lieber mal die richtige Lichtgeschwindigkeit einsetzen. So, aber 377 passt jetzt für unsere Zwecke schon. So, und das heißt, jetzt können wir den Rest hier machen können, das nehmen, das einsetzen, dann kommt diese Leistungsflussdichte raus, ne, Quatsch, also die rechnen wir aus, dann stellen wir das in Richtung Feldstärke um, das müssten wir vielleicht noch machen, ja, also dann kommt eben raus, e, incident ist, ähm, s mal eta und davon die Wurzel, also, genau wie, kann ich ja nochmal hier unten äquivalent aufschreiben, wenn ich eine Spannung ausrechnen will hier, dann kann ich das ja auch machen, indem ich P mal R rechne und davon die Wurzel nehme, das ist praktisch genau die gleiche Gleichung in den, wie man sie aus den Grundlagen der Elektrotechnik kennt, ähm, naja, und dann sind wir im Prinzip mehr oder weniger fertig, den Restzahlenrechnung mache ich jetzt mal in Octave und ziehe das mal hier rüber an die Stelle und mach mal das hier vielleicht noch ein bisschen kleiner, so, also fangen wir mal an, P sollten sein, 100 Mikrowatt, Mikro sind 10 hoch minus 6, so, dann sollte das R 5 Meter sein, äh, mit dem 5 Meter hätten wir mal noch eine Sache klären müssen, aber die klärt sich relativ schnell, ähm, für das, was wir jetzt hier alles machen, diese ganzen Formeln, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, die gelten nur im Fernfeld, also wir sollten mal checken, ob wir im Fernfeld sind, ähm, das kann ich hier noch hinschreiben, das R ist auf jeden Fall größer, deutlich größer als das R 0 und das R 0 würde sich ergeben aus Lambda durch 2 Pi, das ist unsere Nahfeld-Fernfeld-Grenze, ja, und deshalb sind wir auf jeden Fall im Fernfeld, und deswegen gelten die ganzen Gleichungen, die jetzt hier aufgeschrieben sind, so, dann war unser G 1,5 und dann können wir eben rechnen, S ist P durch, das schreibe ich jetzt mal in Klammern auf, 4 mal Pi mal R Quadrat, und das Ganze noch mal das G, so, und da sollte jetzt natürlich auch irgendwie was relativ kleines bei rauskommen, kommt auch, ähm, kann größenordnungsmäßig so stimmen, so, und das, das setzen wir jetzt noch, wahrscheinlich ist das jetzt auch schon fast hinter meinem Kamerabild verborgen geblieben, ich muss mich immer ein bisschen dazu zwingen, hier unten diesen Bereich freizulassen, ähm, vorher habe ich ja mit Zoom aufgezeichnet, da war mal ein Kamerafenster eingeblendet, jetzt mache ich das mit OBS, da gibt es das nicht mehr, so, also E-Incident ist die Wurzel von diesem S mal Etta, und Etta haben wir zum Glück vorher auch schon ausgerechnet, so, und da kommt jetzt auch was relativ kleines bei raus, aber irgendwie so Millivolt pro Meter, ja, so, und jetzt haben wir diese effektive Antennenlänge, die haben wir auch schon ausgerechnet, daraus können wir jetzt unsere Leerlaufspannung ausrechnen, Open Circuit Voltage ist Feldstärke mal effektive Länge, so wie das auch auf dem Whiteboard steht, so, und dann kommt da eben nochmal ein bisschen was Kleineres bei raus als Zahlenwert und das hat jetzt die Einheit Volt, also ist unsere Leerlaufspannung sind 12,8 Millivolt, also schreibe ich mal hier hin 12,8 Millivolt ja, und das waren hier irgendwie 13,4 Millivolt pro Meter und das S hier waren wenn wir das nochmal irgendwie S mal 1 E6 zum Beispiel rechnen oder mal 1 E9 vielleicht noch schöner dann sind das 477 477 Nanowatt pro Quadratmeter so jetzt natürlich die große Frage machen diese 12,8 Millivolt machen die machen die eine Störung stören die unseren Rundfunkempfang an dem Radio ja oder nein ja also vermutlich ja jetzt müsste man natürlich wissen was wird von was wird was empfängt die Antenne wenn sie einen Radiosender empfängt ja also man könnte das jetzt natürlich mal irgendwie rasch ausrechnen wenn man sagt also so ein Radiosender der sendet eben nicht mit ein paar Mikrowatt oder 100 Mikrowatt sondern der sendet vielleicht so mit ein paar Kilowatt also ein paar 10 Kilowatt vielleicht 100 Kilowatt ja aber dafür ist der eben auch potenziell 50 Kilometer entfernt oder 100 Kilometer entfernt also ein sind das vielleicht nicht 100 Kilometer entfernt sondern nur so 50 kann auch mal 100 entfernt sein also wenn man jetzt hier so Radio Brocken nimmt der Brocken ist von hier Magdeburg Luftlinie 70-80 Kilometer weg keine Ahnung was auf jeden Fall gibt es da einen Sender drauf und den kann man hier in Magdeburg empfangen also wenn wir jetzt mal den ganzen Spaß einfach nochmal rechnen mit hier sind 100 Kilowatt und hier nehmen wir jetzt mal einfach 100 Kilometer und dann müssen wir einfach nur ein S neues S ausrechnen und gucken ob das kleiner oder größer ist ja wenn das kleiner ist dann haben wir ein Problem wenn das deutlich größer ist haben wir kein Problem wenn das irgendwo in der Größenordnung liegt dann haben wir potenziell ein Problem so also nehme ich jetzt nochmal die Formel wo wir das S ausgerechnet haben nenne das mal S neu oder S Radio und setze jetzt für P eben ein 100 Kilowatt 100 E3 und für das R setze ich auch ein 100 Kilometer 100 auch E3 naja und jetzt könnte man sich schon überlegen also hier mache ich das jetzt von 100 Mikrowatt das sind ja 0,1 Milliwatt von Milliwatt gehe ich auf Kilowatt also hier gewinne ich irgendwie so 10 hoch 6 aber hier verliere ich irgendwie 10 hoch 6 weil hier gehe ich von Meter auf Kilometer und und habe das im Quadrat also am Ende wird das zumindest vom groben drauf schauen so ein Nullsummenspiel und also vorher hatten wir 4 mal 10 hoch minus 7 jetzt haben wir sozusagen 10 11 mal 10 hoch minus 7 also das liegt ungefähr in der gleichen Größenordnung ja also potenziell haben wir da ein Problem weil das schon ungefähr das ist das Radio ist nur doppelt so laut wie unser Stör Sender und die Direktivität ja und die Direktivität müssten wir auch noch rausnehmen und dann das stimmt schon genau wir müssten die Direktivität auf jeden Fall noch rausnehmen weil das ist ja also bei dem Radio ist das jetzt definitiv ein Rundfunksender und ja also aber im Prinzip egal ob man hier jetzt drin ist oder nicht das ist irgendwo in der das ist schon auf jeden Fall in der gleichen Größenordnung und damit hat man dann potenziell leider ein Problem an der Stelle ok so jetzt gibt es noch eine zweite Variante über die man das rechnen könnte und die finde ich auch immer ganz charmant um so zu zeigen kommt eigentlich das gleiche raus und zwar wenn man das jetzt mal über diese effektive Antennen Wirkfläche hier rechnet ich kopiere mal die Formel da muss ich nicht abschreiben und gehe mal zurück auf das Zeichenpad und tja naja ich versuche das jetzt mal hier noch hinzuquetschen so ein bisschen Platz ist ja jetzt hier noch also ich nehme mal jetzt schwarz so für diesen alternativen Lösungsweg also wir hätten jetzt noch anzubieten eine eine effektive Antennen Wirkfläche und die können wir auch einfach mal ausrechnen das geht ja mit Octa4 relativ schnell weil wir die anderen Größen schon haben 1,64 die natürlich auch irgendwie so näherungsweise sind mal Lambda Quadrat und dann geteilt durch 4 Pi so und dann kommen da 1,17 Quadratmeter raus 1,17 Meter zum Quadrat so und jetzt natürlich die große Frage was kann ich mit dieser effektiven Wirkfläche der Antenne anfangen warum habe ich die ausgerechnet genau die kann man jetzt direkt mit dieser also kann man sich schon irgendwie überlegen hier habe ich Nanowatt oder irgendwelche watts pro Quadratmeter wenn ich die mit Quadratmeter multipliziere kommt wieder eine Leistung raus also ich kann damit eine Empfangsleistung ausrechnen P Received ist effektive Antennen Wirkfläche mal diese Leistungsflussdichte so wenn wir das mal machen also Empfangsleistung an unserem Empfänger ist effektive Antennen Wirkfläche mal S das S habe ich zum Glück nicht überschrieben unser originales S und dann kommt da auch was ziemlich kleines raus logischerweise das rechne ich jetzt mal 1E9 um das mal in Nanowatt umzurechnen kommen da 560 oder 561 Nanowatt raus 561 Nanowatt so jetzt ist die große und spannende Frage naja okay jetzt habe ich eine Empfangsleistung wie kriege ich die jetzt wiederum umgebastelt in so eine Leerlauf Spannung weil bei einer Leerlaufspannung habe ich ja eigentlich keinen Strom das ist jetzt ja schon mal das Problem also das das muss jetzt schon mal unter irgendwie so ein bisschen anderen Parametern bestimmt worden sein weil wenn ich eine Leistung habe in meinem Empfänger muss ich ja Strom und Spannung haben ja hier habe ich jetzt ja nur Spannung kein Strom kann ich keine Leistung haben so naja und das Witzel Lösung findet sich auch irgendwo hier in unserem Foliensatz also weil genau hier dieser auch diese Gleichung irgendwo auftaucht Empfangsleistung ist effektive Antennen Wirkfläche mal diese Dings und dann steht das steht nicht so richtig da naja doch hier so für den Empfangsfall naja mehr oder so richtig steht es auch nicht da also das gilt dafür dass wir einen angepassten Empfänger haben und angepasster Empfänger heißt dass unser Empfänger praktisch die gleiche den gleichen Widerstand hat wie die Antenne als Strahlungswiderstand so und dann hat man natürlich sowas wie so Leistungsanpassung wie man sie aus Grundlagen Elektrotechnik kennt und naja wenn jetzt dieser und wenn man das Komplex betrachtet müsste das natürlich genau das Konjunkt Komplexe von dem sein damit das passt ja aber wir machen das jetzt mal rein reell so also auf jeden Fall haben wir jetzt hier in dem Empfänger die Leistung ausgerechnet ja oder haben wir hier ja genau wir haben in dem Empfänger die Leistung ausgerechnet wir wollen aber sozusagen diese Spannung hier haben hier hinten so wie kriegen wir jetzt aus der Leistung hier die eine Spannung wieder raus genau also erst mal können wir so wie so wie ich vorhin schon mal gesagt sagen irgendwie wir haben eine Leistung also wir haben eine Leistung und wir haben einen Widerstand einen Strahlungs Widerstand den brauchen wir gleich noch aus der Tabelle und dann können wir eine Spannung ausrechnen in dem an dem Empfänger und wenn diese beiden Widerstände oder diese beiden Impedanzen gleich groß sind haben wir ja nochmal die gleiche Spannung logischerweise und dann ist die Lerlauf Spannung einfach doppelt so groß weil wegen Spannungsteiler und sowas so und das heißt wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Strahlungs Widerstand den finden wir auch in der Tabelle für den Lambda Halbe Depot das sind 73,1 Ohm das kopiere ich mal auch einfach dann sieht man dass das kopiert ist das ist eigentlich relativ schlau so das füge ich mal hier auch irgendwo ein und schreibt mal noch davor das ist jetzt RR der Strahlungswiderstand Radiation Resistance so und mit dem können wir jetzt eine Empfangsspannung ausrechnen U Received so wie das oder die Spannung am Empfänger genau wie das hier unten steht also Wurzel P Received mal den Strahlungswiderstand mal Radiation Resistance und dann sollte da was bei rauskommen und dann hat uns unsere vorherige Überlegung gesagt die Leerlauf Spannung sollte jetzt einfach genau zweimal so groß sein wie das so und dann brauche ich mal wieder Octave und was setzt hier noch den Strahlungswiderstand rein 73,1 Ohm dann können wir eine Empfangsspannung ausrechnen das ist die Wurzel aus P Received mal Radiation Resistance so und das da sieht man schon das sind 6,4 Millivolt das passt schon mal weil wenn ich die jetzt einfach mal zwei nehme dann kommen wieder 12,8 Millivolt raus genau wie wir es eben schon mal hatten ja so also das hinten sind 6,4 Millivolt und das sind wieder 12,8 Millivolt und das sind genau die gleichen 12,8 Millivolt die wir jetzt hier an der Stelle vorher schon mal hatten und das heißt das passt ganz wunderbar man kann das auch auf diese andere Art und Weise ausrechnen wenn man es denn richtig macht so und damit haben wir jetzt eine sehr schöne Lösung dieser Aufgabe was wir jetzt mal noch machen können ist wie so häufig wir machen mal JGPT auf und ich bin sogar glücklicherweise noch angemeldet und ich traue dieser Omni Version nicht so richtig gut deswegen switche ich mal um auf GPT 4 das tut sich nämlich meistens schlauer bei solchen Aufgaben und nehme mal den Aufgabentext und kopiere den mal hier rein jetzt mal kurz spannende Frage heute könnte ich auch wieder GPT 3 auswählen das ging letzte Woche nicht so ich mache mal die Zeilenumbrüche weg und Lamna halbe Dipol eigentlich der Rest sieht ganz gut aus hier mehr Zeilenumbrüche drin ach so hinter Frequenz ist glaube ich noch einer so und dann machen wir Feuer frei und gucken mal was passiert also es es erzählt uns wir nehmen mal die abgestrahlte leistung und berechnen die wellenlänge ich glaube das dauert jetzt noch einen moment dann passt das vielleicht auch noch in was vernünftiges gucken ob das noch passiert ansonsten muss man jetzt einfach latich in seinem kopf parsen können also lambda ist c durch f das ist schon mal richtig lichtgeschwindigkeit ist ungefähr 3 mal 10 hoch 8 quadrat mit 100 mikrowatt 5 meter so kommt auch aus aber es passt nicht oder was macht das noch so dann nimmt er auch die effektive antennen wirkfläche so und hier sieht man jetzt schon ist das schlau die effektive apertur eines lambda halbe dipuls ist lambda durch 8 pi und wir haben aber genutzt lambda also lambda quadrat steht ja auch lambda quadrat durch 8 pi wir haben aber was anderes wir haben 1,64 mal also und dann durch 4 pi wenn man jetzt das noch irgendwie kürzt kommen auf jeden Fall keine 8 raus so die empfangene leistung ist dann also das stimmt dann wiederum und die induzierte spannung ist dann Wurzel aus p mal r das stimmt prinzipiell auch 71 Ohm für ein halbwellendipol stimmt auch lasst uns die oberen berechnungen durchführen beginnt mit der wellenlänge die wellenlänge beträgt 3 meter die apertur beträgt tja und das ist jetzt hier leider um faktor 4 ungefähr zu klein so so richtig weil es einfach irgendwie kein latex passt wer weiß wo das jetzt aus welchem trainingsmaterial das stammt aber richtig so richtig richtig ist auf jeden fall nicht es zeigt schon mal in die richtige richtung aber ist so ein halb gefährliches dreiviertel wissen würde ich sagen aber okay ob die irgendwo anders auftaucht mit ob die Lambda durch 8 Pi können wir aber auch nicht so richtig irgendwo auf vielleicht hier unten noch irgendwo also selbst beim vollwellendipol also so ein faktor von 8 Pi ich meine was jetzt sein könnte ist mal haben wir irgendwo was mit also hier wenn ich irgendwie aber auch hier auch nicht wenn ich jetzt hier von das Quadrat nehme kommt Lambda Quadrat auch durch 4 Pi Quadrat raus tja also weiß ich nicht wo es die die Formel halluziniert hat kann schon sein also klar die Tabelle ihr habt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit weiß nicht also irgendwie in letzter Zeit überzeugt es mich jetzt nicht so weil ich meine im Normalfall macht es jetzt würde jetzt ja mal noch irgendwie so ein bisschen Python Quelltext schreiben für die Rechnung das hat es jetzt ja auch nicht gemacht und die Ausgabe allein die Formel der Ausgabe überzeugt mich jetzt auch nicht ich meine wir können ja mal fragen woher die Formel für die effektive Apertur stand aus 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 welcher Quelle stammt die Formel für die effektive Apertur des Lambda habe ich noch irgendwo ein Lambda das ich mal kopieren kann des Lambda halbe Dipols taucht dort der Nenner 8 Pi auf so na gut also jetzt kommt es mit so einer Formel ums Eck die ist glaube ich gar nicht mal so schlecht so also für Lambda halbe 1,64 so wenn man diesen Wert dann ist oh ach siehe da fragt man mal nach oh kommt da raus Lambda halbe so das ergibt etwa dies ergibt sich als der Faktor 8 Pi ist ein Fehler tatsächlich sollte es 4 Pi sein ach schön ja schön ja klar und ich meine ne in der so die korrigierte so die daraus resultierende korrigierte maximale Leerlaufspannung beträgt 6,4 Millivolt so es ist immer noch nicht Leerlaufspannung weil das ist die Spannung an dem angepassten Empfänger ja so die entsprechend korrigierte empfangene Leistung an der Antenne ist 5,6 die hatten wir glaube ich auch ne das waren die 561 Nanowatt so diese Werte stellen eine genaue Beschätzung da unter berücksichtigen des typischen Gewinn eines Lambda halbe die Puls okay so und jetzt hat es hier nochmal irgendeinen Citation Bums angehängt weiß ich nicht wo das jetzt wieder herkommt so jetzt können wir jetzt können wir natürlich nochmal zurückfragen oh warte mal und hier ist aber das ist was im Chat passiert aber das ist nur das ist nur Spam ähm also jetzt können wir nochmal fragen wie kriegt man das jetzt kurz formuliert ähm wie kann es denn wie oder wie kann sich denn aus einer berechneten Empfangsleistung eine Ehrlauf Spannung ergeben ähm im Ehrlauffall fließt ja kein Strom dementsprechend gibt es auch keine Leistung das ist jetzt so typisch das ist eine sehr gute Bemerkung so mal gucken was ist jetzt so formuliert ja also jetzt ist so ein bisschen wie JGBT ist der sehr eloquente Prüfling in der mündlichen Prüfung und wir sind jetzt der Prüfer der versucht es auf den richtigen Weg zu lotsen also letzte Frage wie groß ist die Laufspannung die sich aus der vorberechenden Spannung in einem angepassten Empfänger ergibt mal gucken ob es jetzt noch auf den Faktor 2 kommt dann haben wir aber ziemlich viel Eigenleistung reingesteckt die zuvor berechnete unter idealen Bedingungen an den Klemmen der Antenne gemessen wird wenn keine Last angeschlossen ist und das ist schon falsch also das ist nämlich genau die wenn eben das angepasst ist so jetzt kommt es aber mit Vload ist V leer durch 2 und jetzt korrigiert es aber genau in die falsche Richtung also es müsste es eigentlich verdoppelt und halbiert es ja also man kommt irgendwann immer wieder an die Stelle an das ist es hat einfach also man kann sagen was man will es hat einfach keine Ahnung von dem was es da spricht ja also es es versteht es einfach nicht also es es gaukelt verstehen vor und ich meine manchmal ist es mit dem liegt es echt gut irgendwie aber es fehlt dann doch an vielen Stellen einfach die subtile Logik und wenn es mal richtig liegt was in vielen Fällen der Fall ist dann ist das einfach Glück es ist es einfach immer wieder Glück und es ist kein Verständnis von dem was da passiert nicht wirklich leider so also bleiben wir bei unserer Lösung von 12,4 Volt und geben es auf JGPT jetzt versuchen auch zu dieser richtigen Lösung hier zu bewegen zu Vielen Dank.